Chapter 19 Lion King of the World Leon, oh Gott Das war lange lesen, ich muss mal kurz was trinken So Uiuiuiui Okay Was ist passiert? Also, oh Gott, jetzt kriegt das noch alles zusammen Das war jetzt wirklich 30 Minuten lesen wieder Wir müssen jetzt Leopardmon aufhalten, der sich zusammen mit der digitalen Also mit der Digital Line und der Digital Wave Zu ein riesiges Dimensionalstor machen will Wo er dann megamäßig digitieren kann Und noch viel stärker wird als Examon Und wir müssen das halt verhindern Indem wir, naja, Eden hacken Und die Power, die er aus Eden und der digitalen Line und sowas ziehen will Kehren wir dann einfach um Sodass wir Wenn er die Power wieder Naja, abzapfen will von Eden Dass er denn, naja, dass es umgekehrt ist Sondern, dass Eden die Power von Leopardmon anzapft Und wir ihn dann dadurch schwächen können Ja, dafür müssen wir Denk ich mal Ich weiß nicht, nach Eden? Bin mir nicht sicher Was ist überhaupt passiert? Boah, so viel Okay Gibt's hier was Neues? Oh, sogar zwei neue Fälle Dr. Tartamon? Could it be a stalker? Und Was gibt's hier? Farm Expansion? Spirit Disk? Ja, alles nicht so interessant Aber wir haben trotzdem hier noch etwas Memory Up Memory Up DX Was wir jetzt erstmal machen ist Wir gehen ins Digital Labor Und digitieren mal ein bisschen unsere Digimons Weil die sind ja jetzt ein bisschen kampfmäßig dabei Hey May, ich bin wieder da Ähm, hi, help you Ja, gut Ich dachte, sie freut sich, dass wir da sind Dann sollen wir jetzt zum Metropolitan Building Wo Crusader Äh, Crusader Mon Crusader Mon ist tot Geht's schon? Ach die Scheiße, der braucht immer noch so viel Speed 220 Was war noch? Attack 300 Ja, das hat er bald Maximale HP 2100 Ah, hat er auch bald Ich will mal ganz kurz was gucken Ah, warte mal Den können wir schon mal digitieren lassen, wa? Immer noch nicht Alter, was ist denn los mit deiner Death? Ey, Junge Digitier mal Ich sag dir das jetzt im Guten Warte mal Können wir den schon? Ne, der war aber Level 45 Wizard Mon Den können wir zu Weißmon digitieren lassen Abi 32, ey Und gleich wieder zurück Wow Gleich wieder zurück digitieren lassen So Heavy that So, wir können Einiges an Digimons wieder mitnehmen Deswegen nehmen wir das WarGreymon wieder mit Das, was vorhin ein bisschen gefehlt hat Aber Passt schon Können natürlich auch Andromon mitnehmen Ich hätte aber immer noch gerne ein Ein, 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 ein Ein Cherrymon Wer könnte denn noch zu Cherrymon? Hier, Warmon können wir auch mitnehmen Pläsiamon Oh, Marine Ja, das wäre natürlich auch cool Marine angemon Als Heiler Ja Hier ist nichts, was glaube ich dazu digitieren könnte Hier glaube ich auch nicht Zudumon Würde ich ja immer noch gerne zu den hier digitieren lassen, ne? Bald Irgendwann Später In der Farm 1 ist schon kaum noch was So Kein Wunder, dass wir keine Keine Dinger bekommen Können den Infernomon natürlich auch mitnehmen Entschuldigung Falsche Taste KuVargemon Kann der zufällig zu Cherrymon? Ja, kann der Der muss nur noch ein Ein bisschen Level abgehen Wollen wir den mitnehmen? Wir nehmen den mit So, KuVargemon Einmal mal mitkommen, bitte Kein Platz mehr Ist ja unfassbar Wir haben keinen Platz mehr Okay Ja, dann Lass mich in Ruhe Denn halt kein Puppetmon Kann er nicht alles haben Gut Ich würde aber sagen Wir machen jetzt erstmal ein bisschen die Nebenquest Damit es Weil es hier so Straff aufs Ende zugeht Ich will das gar nicht Ich will das absolut nicht Ich fühle Ich fühle mich, dass jemand mich rundherum folgt Ich weiß nicht, wer Aber ich mag es nicht Ask ihn, zu stoppen Taomon Da wollen wir sehen Akiyaba Oh, wir sind schon gleich Ich gehe schon gleich hin Du bist gerade hier Ich habe gerade hier Du bist gerade hier Ich habe Ich habe been waiting Huh? Ah, sorry Ich kann still feel someone watching me from somewhere Da oben Da oben ist ja Hier Wie heißen die noch mal? Ken Taurosmon Weiß ich nicht wie die andere noch mal hieß It's been like this for a while now It seems there's someone following me Keeping a constant distance And never let me see him Please, could you find whoever is doing this and tell them to stop? Oh, da hat sie wohl ein Verehrer So Rina Here we are The fanboy Fantasy Akiyaba Also Conventally The ideal Starting point For a penny pinching Goldman Let's have a look Do you think Maybe We will do something Other than Restaurants Ever? There's nothing As wonderful As a Huge Taming Food Adventure Our Food Venture For short That keeps the wallet And the stomach full It's okay If you're not hungry I swear That I will have Second in your honor This is just another Instant of humankind's foley Wow Wow Let's not get crazy No one said I wasn't hungry Alter, jetzt kriegt der hier Die ganze Zeit Nur die Restaurants gezeigt Das ist auch toll Hey Storks to see Wargreymon Wargreymon Is looking at Taormon What the You How long Have you been there You little How did you learn How to hide Your presents Could it be Are you Human Kind Vielleicht Vielleicht Bisschen If that's the disk Yes Then who the hell are you You are definitely not normal I am the person I am the person Person Factionist of darkness Wargreymon I am a cablet as taormon Of defeatly using strange techniques Is that right human Fear me You shall fall to my black magic Aha Ein schwarzer magier Wargreymon Natürlich Hardcore Das ist schlecht Okay Wargreymon Wargreymon Sowieso Gleich Schon Tod Warum Zur Hölle Ist der Denn Jetzt Auch Die Ganze Zeit Dabei Ich Mein Ich Beschwer Mich Nicht Ist Mit Kombo Kombo Zack Da hast du Alter Da hast du Arschloch Voll besiegt Ja Nicht viel Aber Gib Geld Geld Ist Immer gut Yay Geh mal mit Deiner defensive Ein bisschen Schneller Höher Ich Sehe Schon Ich Muss Den Zurück Digitieren Lassen Ich Kriege Macke I I Really Lost The Battle Huh Black Magic Oh That Wasn't So Bad Are You Crying I I'm Not Crying Ah This Are Just The Tears Of The Planet It Is It Using My Eyes As A Conjured For Its Own Tears That's All I Never Cry From The Heart Aha For The Time Being I Will Be Leaving Magic Disappearing Trick Wargreymon Is Just Running Away Without Having Disappearing At All Looks Like Wargreymon Dropped A Diary Of Something Let's Read It Oh Sure Ein Wargreymon Tagebuch Tuesday Sunny Weather Taomon Looks So Awesome Today Oh I Wish I Could Look As So Cool As He Does But First I Want To Become A Black Wargreymon Wargreymon Hm Hey I Was Watching From A Distance I Saw The Whole Thing The One Following Me Was Obviously Wargreymon But Does He Really Talk Like That Huh What What's That Book Hm 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 Ha Anyway You Drove Him Away So Thanks For The Help I Will Send Your Payment To The Office Later Hey Nicht Later Yes Later Alter Ich Gibt Ja Auch Kein Mal Later Ja Da Haben Wir Den Stalker Einfach Mal Fertig Gemacht Mit Seiner Schwarzen Magie Und Seinen Ganzen Psycho Kram Ist Auch Ein Eigenartiger Frögel Typisch Wargreymon Ganz Ehrlich So Sind Die Wargreymon Doch Immer Kann Ich Jetzt Ein Digimon Cup Machen Mit Meinen Fünf Digimons Geht Das Wäre Das Ist Das Impossibility Sehr Schön Fertig So Was Haben Wir Hier Noch Prinzess Signet City Fan By Nerd Shibuya You Know The Singer Prince Right I Want To Be A Part Of The Event Instead And Then I Can Push My Signet Cities He 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 Aha Shibuya Shibuya Warte Jetzt Mal Shibuya Ach Ja Genau Wir gehen Da sowieso Hin Hey Nerd Ah Du Are Cyberslap Your Name Is Case What An Awesome Name Ja Ich Weiß Danke Ich Wacka Mich Nicht Ein I Need Your Help Please Please Gott The Prinzess Event And Get A Science CD For Me Oh Dear Sorry If I Have Startled You I Will Go Through And Explain Everything Step By Step I Am A Huge Fan Of The Singer Prince Of Course I Love To Collect Her Merchandise So I Frequently Attend Fan Event Now She Is Depudding With A Major Label It Is The First Time She Is Holding A Major Event I Am So Excited I Have A Huge Crush On Her This Event Seems To Involve Fan Participation It Seems Digimon Will Be Involved Somehow My Love For Prin Princess Is So Strong I Am Sure No One Will Be Able To Beat Me But I Know Nothing About Digimon So I Thought I Ask The Cyber Slith Seeing Seeing As You Know All About Digimon To Take Part In The Event And Acquire A CD From Princess For Me Leave it To Can't You Just Pay For Me Wow That Was A Long Story Oh I I Terrible Sorry I Will Try To Keep It Short My Love For Princess Is Deeper Than Anyone Deep So Deep Right Then The Event Is Taking Place At The Tower Records Up In Shibuya Today Okay Sorry To Be A Bo What Hüpft Entschuldigung But We Should Go Now Ja Dann Hüpf Hier Nicht So Um Wie So So Was Ist Hier Los Welcome Everyone Thank You For Coming To This The Debut Princess Event Everyone Who Wants To Copy Of Her CD Oh My God Ja Ich Will Um Bedenk Yes Just As I Thought Not We Can't Just Give Them Away I Am Afraid So I Will Quickly Explain The Rules I Have Realized Six Cute Little Digimon In Six Part Of The City Shibuya Nakano Shinjuku Akiyabara Asakuza And Ueno So The Digimon You Are Looking For Are Papumon Tarnemon Tokumon Bugamon Nyramon Nyromon And Jokomon We Will Now Give Out The Stamped Card When You Find Any Of The Digimon Please Ask Them To Stamp Your Card Stamp Karte When You Get Six Stamps On Your Card Return Here You Can Then Exchange It For A Signet CD What's More Princess Will Give You The Signet CD Herself In Person Oh My God In Person Princess Is Going To Give Me This CD Herself So Then I Might Actually Get To Touch Her Hand Please Case You Must Try Your Absolve Best To Win This Also Hints Will Be Sent An Occuration Via Digi Line To Help You Find The Digimon So Please Keep Your Cellphone And Digi Vice Turned On So I Will Now Give You The First Hint Papu Mon Is Here In Shibuya Okay Let The Games Beginn Yay Wow Digimon Suchen Oh Das War Schwer Ah Hello You Are Patschi Party Pianz In The Princess Event Are You Jo Irgendwie Schon You Will Be Waiting A Stamp Then Here You Go Yay A Hint Should Be Coming Along By Digi Line Anytime Now Please Do Your Best To Find The Other Five Na Wenn wir Dat Man Hier Dat Ist Doch Garantiert Dat Ist Doch Wichtig Oder Dat Ist Doch Ich Weiß Gar Nicht Mehr Wie Das Aussieht Wie Sieht Unser Digi Line Aus Ach Hier All Right I Give You A Hint There Is A Tarnamon Somewhere In Du Ueno Okay Das Ist So Schwer Ah You Found Me Hey You Are One Of The People In The Princess Event Right Show Me Your Card And I Will Stamp It For You Yay I See This Is Your Second Stamp Keep Up The Good Work Time For Akibara Er Ist So Schwer So Wo Ist Das Stinkende Dahinten Guten Tag Muss Dich Auch Begrüßen Sind Ja Jetzt Schließlich Freunde No Way You Are Tokomon Right You Are So Cute Why Are You In The Place Like This Are You Lost I Am Oh I Get It You Got Lost In The Human World With All This Weird Phenomena Going On Right Okay In That Case I Will Be I Will Be Your New Master No I Already Have Him Okay Come With Me No Listen To Me I Will I Will Bite You That My Digimon Huh Is That True Tokomon No Who Do You Think You Are Trying To Pull Pokemon And Me Appear With Lies Like That Why Can't You Just Leave Me And Tokomon Alone In Peace Ach Schön Musste Ich Einfach Mal Sagen Was Meins Man Ja Ist Ja Super Müssen No Mal Sehen Wo Wir Ein 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 Hör No Mal Auf Euch Zu Heilen Mensch Mädels Wir Müssen No Mal Sehen Wo Eine Lady Debbie Man Her Bekommen Da Habe Ich Noch Überhaupt Keine Ahnung Von Attacke Ja War Jetzt Nicht So Attacke Mach Sowieso Damage Der ist Aber Echt Stark Muss Ich Sagen Also Ohne Scheiß Die ganze Zeit Dabei Oder Irgendwie So Mega Digimon Naja Ich Will Mich Ja Nicht Beschwerden Ist Ja Super Ja Werds Angelasert Alter Laser Überlebt Das Doch Nicht Man Einfach Sterben Zögert Das Nicht Hinaus Danke Könnte Eigentlich Auch Mal Wieder Die Digimon Tauschen Dass Wir Ein Paar Prozente Bekommen Oder Macht Das Die Ganz Zeit Hier Ohne Prozente Bekommen Tocomond Do You Have Another Master That's What I Have Been Trying To Say The Whole Time Okay Fine I Will Just Go Look For A Tokomon Without A Master Zen Peace Next time Listen to What People Are Saying You Came Looking For A Stamp Right I Will Give One 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 Now Danke Hope You Get The CD Bye Neue Neue Nachricht So Aber Jetzt Machen Wir Erst Mal Was Sehr Wichtig Ist Du Rüber Zudem Da So Das War Mir Jetzt Persönlich Sehr Wichtig So Wo Ist Das Andere Mann Ich Bin Total Aufgeregt Hier There Is A Book On Somewhere In Nakano Nakano Geh Mal Weg Da Du Alter Ami Fritze So Endlich Wieder Platinum Nehm On Hinter Mir Hab Die Vermisst